Hey! Gibt's schon Lust? Ich glaub ja. Komm mal ein bisschen mehr. So ist gut. Magst du anfangen? Ich lass dir gerne den Vortritt. Du bist doch euer Papa. Ja, ich bin ja auch nicht die Papa, aber du bist ja mein Papa. Okay. Ille Grüße aus Reutlingen. Wir sind hier beim Naturtheater. Und das Oje wird bald aufgeführt. Es ist die Chorpremiere. Wir haben die Schauspieler auf der Feinde bereits bewundert. Es war sehr schön. Ich würde euch raten, wenn es geht, noch eine Karte zu kaufen. Ich glaube, es gibt noch... Wie viel gibt's noch? Also nicht mehr viele. Also Reutlinger Naturtheater. Hurra! Die Oje kommen. Unbedingt. Nicht versäumen. Also dann... Bis bald im Badenwald. Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.